Der Semmelstoppelpilz. Er ist ein geeigneter Pilz für Pilzanfänger, da er sehr gut von anderen Arten unterschieden werden kann. Die Hutfarbe und die darunter liegenden Stacheln sind cremeweiß bis Semmelfarben. Junge Exemplare haben sehr kurze Stacheln, die im Alter größer werden, wie bei diesem Exemplar. Man findet diese Art gerne unter Buchen und Fichten von Juli bis November. Er ist ein guter Speisepilz mit einem festen Fleisch und einem guten Eigengeschmack.